Herr Backmann, Sie wollten eigentlich, so viel ich mitbekommen habe, heute drei Punkte holen, um nachträglich zum Hinrunden-Meister gekürzt zu werden. Hat nicht gereicht, kann man trotzdem mit dem Unentschieden zufrieden sein. Zum Schluss sah es aus, als wäre Ihre Mannschaft das. Grundsätzlich möchte ich immer drei Punkte haben. Das ist egal, ob es um die Herbstmeisterschaft ging. Natürlich war es heute ein schweres Spiel, aber im Endeffekt bin ich mit dem Punkt zufrieden. Die erste Halbzeit ging ganz klar an Pforzheim. Und sie haben halt auch richtig Qualität auf dem Platz gehabt, auch mit Spielern von der ersten Mannschaft. Und nach diesen drei Wochen Vorbereitung weiß man auch nicht, wo man steht. Und ich muss sagen, so aufgrund von der zweiten Halbzeit, da haben wir uns ein bisschen gefangen, denke ich auch, dass der Punkt absolut verdient war und am Schluss musste es vielleicht sogar noch gewinnen. Aber unterm Strich bin ich mit dem Punkt absolut zufrieden. Was haben Sie in der Winterpause gemacht? Was sind die wichtigsten Veränderungen gewesen? Grundsätzlich haben es drei Spieler verlassen, die aber weniger eine Rolle gespielt haben. Wir haben dann zwei Neuzugänge dazu bekommen. Ich denke, dass wir qualitativ besser geworden sind von der Kaderbreite. Und wir haben jetzt drei Wochen ordentlich trainieren können, trotz schwierigen Platzverhältnissen. Und ja, ich glaube, dass wir eine Rückrunde da anknüpfen können, wo wir aufgehört haben. Was haben Sie sich dann für die Rückrunde vorgenommen? Und wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, die Stimmung? Ja gut, grundsätzlich ist es bei uns das Problem, dass es mir manchmal zu gut die Stimmung ist. Da könnte es lieber mal ein bisschen Feuer geben im Training. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Und was wollen wir uns vornehmen? Ich denke, wir werden die Rückrunde genauso bestreiten wie die Vorrunde. Und mein Ziel war es vor der Saison, dass wir wenig Gegentore bekommen, weil das immer das Problem von Kehrlach war die letzten Jahre. Ich denke, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und man hat gesehen, auch gerade heute wieder, egal welche Qualität eine Mannschaft auf den Platz bringt, ist es sehr schwer gegen uns zu gewinnen. Und das wollen wir am Schluss halt dann auch sehen, dass wir am Schluss schon die beste Abwehr haben. Das ist schon immer mein Ziel. Was dann am Schluss dabei reiß kommt, ist was anderes. Für Sie geht es ja noch ein bisschen weiter mit der Vorbereitung. Das nächste Spiel ist ein Freundschaftsspiel. Was wollen Sie da noch vielleicht verbessern oder auszüfteln? Ja, grundsätzlich wird es so sein, dass wir am Mittwoch jetzt vier oder fünf Spieler, die heute gar nicht dabei waren, die werden halt mal völle 90 Minuten spielen. Dann heute noch zwei, drei Spieler werden eingesetzt, die heute noch ein bisschen weniger gespielt haben. Also sieben, acht Leuten, die heute 90 Minuten gespielt haben, die werden am Mittwoch gar nicht spielen. Und ja, da werden wir einfach mal gucken, dass die anderen noch mal ein bisschen Spielpraxis bekommen vor diesem Faschingswochenende, was bei uns natürlich in Kierdach immer ein bisschen schwierig ist, weil die Jungs da auch Allgäu und Futur gehen. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir die Woche noch mal nutzen. Und weil nächste Woche ist, glaube ich, eher weniger Training. Herr Brackmann, ich danke Ihnen vielmals für das Endeffel und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank, schönen Sonntag noch. Danke.